Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Adventure mit dem J, dem Bram und mir den P. Wolltest du gerade echt zu einem H ansetzen? Ne, ich wollte erst mich nennen, bevor ich euch nenne. Wolltest du zu einem P-H ansetzen? Ja, Pfeater. Pfeater. Das war überhaupt nicht lustig eigentlich, aber Pfeater-Käser. Was ist denn hier los, bring doch echt ab, du Arschgeburt, ey. Boah, ist das ein Wichser. Der MLG Furzikos, ey, ich schwör mein Gott, ey, der hört sich an wie Nebelnick, die Arschgeburt. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Boah, Alter, nebelnickes Arsch. Das ist der Bram, Alter, ey. Boah. Du, du Fickfresser, Alter. Boah, da ist Bram, der Lutscher. Christian hat da zwei Würmer da oben, das ist irgendwie nicht optim. Das ist eine Abkürzung für optimal. So, macht man mit. So kann das P da helfen. Puh, da habe ich die Hallertrückung aber ziemlich durcheinandergewürfelt. Stichwort Würfel. Wie viele Augen zeigt ein Würfel an? Also hat er insgesamt, Entschuldigung. J. 17. Das ist leider nicht korrekt. Ich möchte gerne 21 sagen. Das ist korrekt. Dankeschön. Boah. Drei Punkte Differenz noch. Komm auf null. Moment, lass mich noch mal bitte rechnen. Ich bin gerade doof. Sechs plus fünf sind elf. Plus drei. Plus vier. Die vier. Oh ja, die vier. Also sechs und fünf. Nach drei kommt fünf. Und eins so, hä? Ja, aber dann so, oh scheiße, Alter. Boah, ich bin einfach so müde, Mann. Alter. Die vier. Ja, die vier kann man mal vergessen. Ja, die. Das ist auch die unwichtigste Zahl von allen. Holy shit. Cuttert raus hier. Alter. Aber die Serie soll ja auch ganz gut sein. Und ich gucke die deswegen, also eigentlich, also die ist halt wirklich unterhaltsam. Aber ich gucke die deswegen nebenbei, während ich mit meiner Freundin Pokémon tausche. Pärchen-Goals, ey. Ja, wir haben was gefunden, was uns beiden gefällt. Ja, wenn Sex nicht ist, weh? Rekt, Junge. Was ist denn da ganz oben auf dem Dach? Ja, ich bin hier immer noch. Also unter mir hat halt einer getrunken. Kann ich, um gleich mal geil abzuspringen. Richtig geil abzuspringen. Richtig geil. Alter, mega geil. Richtig geil abzuspringen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das war Christian. Ja, ich bin mir aber nicht so sicher. Aber es ist gerade quer durch die Welt geflogen. Peda hat sich auch schon mal einen gewichst, während Bram, mit dem er fad für Natur war. Ich darf das nicht so laut sagen. Hört vielleicht zu, der Peda. Hilfe. Hilfe. Rettet mich. Kann man theoretisch so Sachen eingeben wie Scarlett Johansson nackt oder Julian Bam nackt von mir aus auch. Weißt du, dass du halt... Ja, kann man. Hör mal. Peda. Wie Passagiere zurückgelassen. Bullshit, da ist keiner mehr angestiegen. Passagiere zurückgelassen. Wirklich, der ist einfach so... Richtig so, mit so einer einzelnen Träne. Elsa Eraser 2. Hatte sowas einer früher mal? Nee. Nein. Nee, Elsa nicht. Okay, damit haben alle eingeloggt. Warte kurz. Zwei, glaube ich. Möchtest du mal ändern? So. Vielleicht. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob das vergleichbar war. Ich glaube, der erste Tag kam auf dem C64. Peter, warte, ich bin gleich da. Peter, ich rette dich. Warte, ich rette dich und opfer mich. Okay, wie soll das aussehen? Nicht zurückverwandeln. Ich wurde angeschossen. Peter. Geh raus und töte ihn. Peter. Verwandle dich. Verwandle dich nochmal. Verwandle dich. Verwandle dich. Okay, warte. Verwandle dich. Verwandle dich. Und los. Holen dir. Verwandle dich. Hast du ihn? Wie toll das war. Zalu, ey. Das hast du aber fast nicht gekriegt, ey. Ja, schön. Das wäre Next Level gewesen. Wäre cool gewesen. Holen dir. Wohl. Es ist schon, ey. Hast du deine Mistgabel gerade weggeworfen? Ja, ich habe die weggeworfen. Hier lief sie wieder. Hier, Peter. Fang. Anzahlzähne 32. Alter. Uah. Das war richtig krampft, Alter. Hast du was gefankt? Ich habe nichts gefankt. Wo ist denn die jetzt? Das ist Andy. Das ist Andy wieder. Der hat nicht mehr viel Leben. Ja, aber das Problem ist, Andy hat ein viel schnelleres Auto. Guck mal, wie der wegzieht. Minimal, minimal. Ja, Andy, die nächste Kurve. Wir sehen uns. Boah. Oh nein. Boah. Bei mir ist gerade alles rot. Christian ist Traitor? Wo ist Christian? Ja, da willst du nicht hin. Warum soll der dich saven? Wo ist Christian? Ja, das ist der andere. Sollte er mich saven, wenn der Traitor ist. Jay schießt. Ja, das ist, weil Bram das gecallt hat. Ach so. Und wir hören auf Bram, weil... Nee, ich habe den gemacht. Wie hat Jay das nicht überlebt? Jay wurde vorher noch von Sepp gemacht. Ich habe Sepp gestürzt von hier oben in der Snapper Rifle. Und ich glaube, dass Sepp es war, weil der nicht mehrfach auf mich geschossen hätte, wenn er nicht Traitor gewesen wäre. Er hat einmal zurückgeschossen, da fand ich es auch okay. Aber dann hat er mehrfach hier hochgeschossen und da dachte ich mir so, warum soll er das tun? Es ist aber niemand explodiert. Das ist ein Indiz, was dagegen spricht. Ja, wahrscheinlich liegen zwei Leichen, confirmed auf dem... Was dagegen spricht. Ja, wahrscheinlich liegen zwei Leichen, confirmed auf dem... Du reinkommst. Du reinkommst. Ich habe jetzt gecallt. Ja, ja. Da sehe ich dich schon. Aber nicht rein in den Bildern. Christian ist Traitor. Christian ist Traitor. Christian hat einen Shot abbekommen. Ich habe ihn auch reingedrückt. Aber er ist vor mir runtergesprungen, die Sau. Christian ist es. Ja, das ist das ja auch nicht. Wow, ne. Hallo, Dick. Jamie Moore, ey. So, Christian war da. Alter, ich habe mich da jetzt... Alter, ey. Ich habe mich da jetzt... Wagen... Apfel... Fäulischer... Süßigkeiten-Spender, Alter. Dächer-Arzt... Oh, Kinderärzte. Mensch, ich habe doch bei meinem Kinderarzt immer so zwei, drei Gummibärchen gekriegt, wenn ich ganz tapfer Sachen gemacht habe. Beziehungsweise ganz tapfer Sachen mit mir machen lassen habe. Harry Weinfort... Da habe ich jetzt auch geschrieben... Bumstebram... Schwitzend im Sessel zum Neujahr 19. Kannst du das doch bitte richtig vorlesen? Du hast das falsch vorgelesen? Willst du dich verarschen? Bumstebram-Smoothie. Kannst du das richtig bitte vorlesen? Masti, bist du total unlustig! Ich verstehe immer. Was? Harry Weinfort, Bumstebram-Smoothie. Ja, deswegen weiß der, wie man das machen muss. Ich kann mal richtig geheime Geschichte erzählen, ja? Aber eigentlich müsst ihr die Peter auch hören. Ja, ich höre die ja auch. Ich habe nur kurz die Fenster zugemacht. Ah ja, pass auf. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich vor... Ich weiß gar nicht, wann das war. Vor einem halben Jahr oder sowas... Punica im Angebot war. Okay. Ja? Jetzt kommt das, okay. Punica-Flaschen haben ja eine vergrößerte Öffnung. Dann hast du reingeschissen oder auf dem Vorderstand. Äh, nein. Ja, genau. Dann habe ich das weggeworfen. Ich weiß gar nicht, wie eine Punica-Flasche aussieht, ehrlich gesagt. Ja, dann check das mal nach. Okay, ich check mal kurz, wie eine Punica-Flasche aussieht. So eine Glasflasche. Aber nichtsdestotrotz hatte ich die im Auto liegen und ich stand im Stau und musste Hammerpissen. Nicht dein Ernst. Nee! Und ich habe tatsächlich in eine Punica-Flasche gepisst. Oh mein Gott! Und ich so dringend muss... Ja, was soll ich, was soll ich in die Hose pissen? Das Schlimme, das Allerschlimmste allerdings daran war... Wie aus, du wirst das bitte? Ich habe in der Punica-Flasche gepasst. Das Schlimmste ist allerdings, dass die Flasche nicht ganz leer war. Das heißt, ich musste das erst noch mal auftrinken, weil ich das nicht wegschütten wollte. Weißt du, dass du dann noch die Grenze ziehst, wenn du schon in deinem Auto in eine Punica-Flasche pisst. Dass du trotzdem nicht willst, dass da noch ein Schluck Punica drin bleibt. Ja, ohne Scheiß, stell dir mal vor, du hättest wirklich nur eine Standard-Flasche gehabt. Da passt der Dödel ja nicht rein. Ja, wirklich! Stell dir das mal vor. Weißt du, was du dann machst im Stau? Du lässt den Wagen stehen, steigst kurz aus, gehst an den Seitenstreifen und pisst rein. Das war aber... Nee, 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 nee. Das war so schlockender Verkehr und nicht stehender Verkehr. Dann fährst du einfach so auf den Seitenstreifen und pisst da kurz hin. Peter, das ist, glaube ich, straßenverkehrstechnisch nicht erlaubt. Das ist schon krass. Das finde ich ziemlich fett. Jede andere finde ich mega. Hammer geil. Ich bin jetzt schon wieder an der selben Stelle deswegen gestochen. Dados, ohne das Jay. What? Hehehe Gott sei Dank, bin ich Priester. Vor der Tür nach oben gucken und eben rücken. Ohohohohoh, scheiße Dirk, kann gut. Ist da kein Riesenpumper? Na es geht nicht. Alter, ist da keiner gestorben unter dem anderen. Du Scheiße. Gut, ein Second-Chance von ein Render war tatsächlich Trader. Als er der ist nicht zu kurz. Second Chance, vielleicht? Weil ich nur Free-Runnerspruch auf sein Gehlin gebracht habe. Aber der andere da oben ist gestorben von der Bombe. Danach, da tut mir leid. Ja, ich. Ich bin Detektiv. Ach du bist wieder, bin ich vor. Ja, das war ein Random, Mann. Ey, Peter, das tut mir mega leid. Ja? Ja, ja. Der ist auch schon hier am Trail. Oh, ja. Ja, okay, haben wir beide. Bei mir. Der hat die Bombe auch. Klaus, bei mir. Du kannst du nicht gegenseitig abschießen. Oh, der gibt mir noch einen Henner, der Christian. Da gibt der mir einen Henner, da kommt das Plöng. Wir dürfen uns nicht gegenseitig abschießen, Bums. Geil. Der war nice. Kann ich deinen Kot essen? Der ist belaststoffreicher als nichts, Peter. Ich kann dir gerne gleich in den Hals scheißen, wenn du willst. Geil. Alter, komm schon. Lass mich nicht kriegen. Schaff es nicht. Schaff es nicht. Schaff ich nicht. Obola. Kollaterale, der wird's vegan. Verlechtet sie, diese Würmer. Komm, mit runter, Peter. Der eine Wasserdruck. Nein. Ja. What? What? Kein Radar? Doch, aber du rennst ja trotzdem in der Zeit, da bringt der mir nichts. Das stimmt. Versuch's zumindest. Belebe ich halt einfach. Peter, Peter. Das kann mir zu far sein. Tschüss, Frosty. Hey, Frosty. Hey, Sam, du hast grad deinen Kumpel umgebracht. Hä? Alter, brand! Warum bin ich zu den Jamb wieder, Alter? Ich war Innofance! Ich hab die falsch! Was ist das? War ich nie? Ich hab grad noch schön am chillen und dachte mir so, shit, jetzt muss ich wieder in Zadeln weg. Ne ohne Spaß, ich hab so, okay, da legst du in Zadeln und dann gehst du dahin und hab mich dann angefangen zu defibrillieren. Oh shit, da sind die drin, der hat mich, oh Gott, der hat mich direkt getötet. Ich wusste nicht genau, wo oben heißt. Oh, er hat mich auch direkt weggemacht mit der Schrode. Es wurde ein Fehler gemacht. Ich hatte zwölf Leben. Schnell, den machst du. Ich glaub, ich hab mein eigenes Sprengsatz getötet. Oh nein. Wer dich die Waffe noch in der Hand hatte, davon. Ne, ist das nicht geil. Oh, scheiße. Scheiße. Ich bin down. Es wurde ein Fehler begangen. So, nicht darum, ob ihr selber knillt oder faltet. Wir bedanken uns jemand fürs Zuschauen. Was ist denn deine Meinung? Tschüss. Jeder Moderator gibt das Preis, das ist die Spielregel. Ich versteh, also von der Argumentation her, boah, wer da gewonnen hat, weiß ich nicht. Darüber lasse ich mich zuschauen. Ich selbst bin tatsächlich ein Knüller. Das hat ihm jetzt nicht gefallen. Hab ich geschossen, unten auf dein Falz. Alter. Alles okay bei dir? Hast du Kopfschmerzen? Neu. Renn weiter. Renn weiter. Keiner sieht's. Ich bin am Pier neu gespawnt. Er ist da immer noch. Renn weiter. Stimmt, der ist unten auf dem Boden? Ich bin unten auf dem Boden, auf dem Pier. Oh Leute. Also ich gebe dir die Permission hier. Okay. Du bist gut geblieben, dein Blatt. Da komm ich nicht mehr hoch. Vielleicht kannst du ja auch hochkleddern. Ah. Ah. In einer eventuellen Season 2. Wahrscheinlich wieder von hier. Und wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und haut rein. Ich will die Lady führen. Tschüss. Ciao. Tschüss.